. 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 Ich kann nicht einschlafen. Ist gut, Benji. Ich komme gleich. Aufmachen! Sofort! Du hast gestern Fritta unser Zimmer genommen. Ja, und? Da ist etwas ausgelaufen wegen einer Riesenölfleck vor der Maus. Nicht von mir. Hello. Mach dir keine Sorgen. Es bleibt noch hier für sechs Wochen. Wenn ich das Kollekt wieder anfange, geht sie nach Hause. Ja. Sechs Wochen? Ja. Wenn du von deinem Empfinden erzählst. Am einfachsten ist, wenn man jetzt das Paar würde etwas befreien vom Mythos der spontanen Sexualität. Sehr viel. Es ist nicht eine einfache Zeit. Und darum bitte ich dich, jetzt helfen. Was glauben Sie, wieviel sind das? Grüezi übrigens. Es ist, weil ihr uns nie Geborgenheit gegeben habt. Und darum bleiben wir auch da, bis wir 25 sind. Und dann gehen wir zum Beispiel bisем aus. 2 00 1 1 2 1 1 2 2